Nächsten Test, ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Faden fahren und erzähle dir von dem Reh. Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte als ich brauche.